Wir haben ja von Anfang an gesagt, das ist kein Spiel 1. gegen 2. Bundesliga, sondern das ist ein Spiel HSV gegen Köln oder Köln gegen HSV. Und das hat man, glaube ich, gesehen, dass beide Mannschaften eine gute Idee haben vom Fußball. Ich habe schon gemerkt, dass ich mit dem Standfuß ausgerutscht bin und dass der Ball irgendwie komisch reingepflogen ist. Der Schiedsrichter hat mir dann aber sehr schnell erklärt, dass es so gewertet wird und dass es schon gecheckt worden ist. Deswegen, ja, es ist natürlich extrem bitter für mich, für die ganze Mannschaft. Ich glaube, der Kainz wusste auch, was kommt, hat so ein Gespür auch gehabt, dass es nicht korrekt war. Und ja, bitter, aber regeltechnisch natürlich die absolut richtige Entscheidung. Der Gegner hat uns alles abverlangt. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine gute Bundesliga-Mannschaft, die uns heute so gefordert hat, genau das, was wir brauchen.